Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur kleinen neuen Mod-Vorstellung, ist es aber nicht zur kleinen neuen DLC-Vorstellung. Ja, und da sind wir beim Massive Ferguson. Die Zahl kann ich euch sofort nennen. Dieses DLC haben wir unbedingt gebraucht, kam mit dem Update gleichzeitig dazu. Und das ist der Massive Ferguson 8700 Black Edition. Und das ist die Möglichkeit, ich glaube, das ist neu. Das hier unten steht schon immer noch. Die Edition ist. Unter dem Preis. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Und den Preis. Mercer Ferguson 8800 Black Edition darüber auch. Wenn man den kauft, kann man den in Zwilling-Bereifung, 3-3-Bereifung, Rad-3-Bereifung und die normale Standard-Bereifung machen. Ja, das ist im Endeffekt hart genau der gleiche Mercer Ferguson, wie im Spiel schon vorhanden. Außer in einer kleinen anderen Farbe. In der schwarzen Black Edition. Genau. Und das Beste daran ist, dieses DLC ist völlig kostenlos. Außer verständlicherweise. Die Leute, die kein PSN Plus Abo haben, können dieses Fahrzeug auch nicht herunterladen. Weil dieses Fahrzeug nur freigestattet ist für PSN Plus Kunden. Und natürlich dann kostenlos. Also, ob ihr ihn holt, ich weiß es nicht. Es ist fragwürdig. Aber es ist ein kleiner Mini-Anfang. Das nochmal dazu gesagt. Und nochmal eine kleine Sache dazu. Falls ihr gar keine Mods habt, dann liegt es daran, ihr habt kein PSN Plus. Weil man braucht ein PSN Plus Konto, um die Mods nutzen zu können. Das wollte ich euch nochmal sagen. Weil sonst kommt ihr auf den Punkt Mods nicht drauf. Nur wenn ihr Mods habt, könnt ihr Mods... Äh, nur wenn ihr Mods habt. Nur wenn ihr PSN Plus habt für 49 Euro im Jahr. Und 20 Euro für 3 Monate. Und weiß ich wie viel für ein halbes Jahr. Könnt ihr euch die Mods herunterladen kostenlos. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Also im Endeffekt ist es kein kostenloser Mod Hub mehr. Das nochmal dazu gesagt. Wir wünschen euch damit einen wunderschön angenehmen Tag. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die in die Kommentare stellen. Folgt unseren Social Media Accounts. Facebook, Twitter und Instagram. Da können wir auch alle Fragen noch beantworten. Oder ihr addet mich unter Shida Anime 2017. Und ja. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und einen wunderschönen dritten Abend. Bis dann. Ciao. Das war der Message Ferguson. Es ist 8700, weiß ich nicht. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.